Sehr geehrte Damen und Herren, zu Beginn hörten Sie Musik von dem spanischen Komponisten Selma Isalaverde. Und als nächstes folgt ein Schakonna von Antonio Bertali. Das ist ein Stück, durch das unter anderem Martin auf die Idee gekommen ist, dass unter anderem ich hier spielen könnte. Das finde ich ganz schön. Und zum Abschluss gibt es dann noch eine Bergamasca von Ucci. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Applaus Lieber Martin MacWilliam, sehr geehrter Herr Dr. Reinbold, verehrte Gäste, als ich zum ersten Mal ein für Martin MacWilliam so typisches, in die Fläche gedrücktes Gefäß sah, war ich fasziniert. Die vollrunde Wirkung entpumpte sich als geschickte optische Täuschung. Ich kann mich beim besten Willen heute nicht mehr erinnern, wann und wo diese erste Begegnung mit dem Werk von Martin MacWilliam stattfand. Es muss wohl Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Das Bild des Gefäßes jedoch hatte sich mir so fest eingebrannt, dass ich in der Folgezeit beim Durchblättern von Zeitschriften und Katalogen oder beim Messen aufmerkte, wenn ich einer Keramik von Martin MacWilliam gewahr wurde. Mehr unbewusst verfolgte ich auf diese Weise sein Schaffen, ohne dem Künstler je begegnet zu sein. Wir lernen uns erst viel später kennen. Schon in dieser Zeit beschäftigte mich die Frage, ob sich ein Thema auf die perspektivische Verkürzung und Illusion orientiert, wie es Martin MacWilliam verfolgt, nicht irgendwann als ausgeschöpft erweisen würde. War es vielleicht ein Gag, der irgendwann nicht unterdrücken würde? Wäre der Betrachter es in naher Zukunft müde, sich von der illusionistischen Gestalt verführen zu lassen? Denn nicht selten begegnet man Künstlern, auch Keramikern, die einmal ihren Stil gefunden von diesem nicht mehr lassen, ohne dass eine Weiterentwicklung, Zuspitzung, Verwandlung für den Außenstehenden sichtbar wäre. Allmählich erlischt das Interesse an ihren Werken, denn die neuesten Objekte werden nur noch mit einem wiedererkennenden Blick, nicht jedoch mit wirklicher Neugier betrachtet. Bei Martin MacWilliam geht mir das keineswegs so, auch nach 15 Jahren Vermögen seiner Arbeiten, meinen Blick zu fesseln. Denn die neu geschaffenen Stücke sind, trotz einer gewissen Ähnlichkeit, jedes Mal anders als alle Gefäßobjekte zuvor und dennoch in einer logischen Konsequenz aus diesen erwachsen. Wir begegneten uns erstmals 2009 im Hädchensmuseum. Damals zählte noch kein Stück von ihm zum Bestand des Hauses. Ich wollte dies ändern und so fügte es sich glücklich, dass er von sich aus sich bei mir meldete. Er brachte, und das war ein großes Entgegengekommen, eine Auswahl von seinen Arbeiten mit, über die wir ausführlich sprachen. Ich hatte mir bewusst Zeit genommen, es war, ich kann mich genau daran erinnern, ein Samstag und keine dienstlichen Geschäfte konnten uns stören, und das war auch gut so. Denn Martin MacWilliam konnte mir auf diese Weise von seinen Intentionen ausführlich erzählen. Und mir wurde klar, wie intensiv er an seinem Thema arbeitet, wie offen er für neue Wege der Gestaltung ist und wie sich jede Gestaltungsrichtung aus dem vorangegangenen Schaffen herauskristallisiert hatte. Ich sah seine Keramiken mit neuen Augen. Und nach seiner Abreise blieb eine kleine Auswahl von Stücken im Museum als Ankauf zurück, die wichtige Etappen seines Schaffens belegen. Nach diesem Gespräch war ich mir sicher, dass es für Martin MacWilliam kein Stehenbleiben oder auf der Stelle Treten in gestalterischer Hinsicht gibt. Aus der Methodik seines Arbeits entwickeln sich ständig neue Ausdrucksformen. Müde Blicke kann es daher auch nicht geben, zumindest nicht für diejenigen, die Lust am genauen Schrauen haben. Denn Martin MacWilliam arbeitet bei seinen Gefäßplastiken mit Verschränkungen, Verwindungen, dem optischen Spiel von Außen und Innen bzw. Positiv- und Negativformen, mit Spiegelungen und Brüchen, sodass das Auge ständig beschäftigt ist. Es sucht, den Linien zu folgen, den Wechsel von Innen und Außen nachzuvollziehen und die Formen zu verstehen. Auf diese Herausforderungen muss man sich zweifellos einlassen. Doch man wird reich belohnt, denn gerade bei den komplizierter aufgebauten Formen gibt es viel zu entdecken, wenn man sie umrundet. Die Ausstellung hier im Landesmuseum zum 20-jährigen Werkstattjubiläum bietet die seltene Chance, die Entwicklung der Formen über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Dabei ist das genaue Entstehungsjahr gar nicht so entsteidend und Martin McWilliam verzichtet darauf auch ganz bewusst im Katalog. Vielmehr geht es zu schauen, wie sich die Wandlungen vollziehen. Dass es sich nicht um eine geradlinige Entwicklung handelt, sei vorab bemerkt. Denn auf der Suche nach neuen Gestaltungswegen bleibt Martin McWilliam durchaus hin und wieder stehen, schaut zurück auf die bereits begangenen Wege und geht durchaus auch einmal einige Schritte zurück, um an einer noch früheren Weggabelung in eine neue Richtung abzuzweigen. Seine vollständig mit Karolin überzogenen Arbeiten von 2002 beispielsweise, die damals auch in der ersten Ausstellung hier zu sehen waren, sind Zeugnis für einen Schritt zurück zu den schlichten Grundformen, die denen früherer Jahre ähneln. Ihr strahlendes Weiß ist jedoch ungewohnt im Kontext des Gesamtwerkes und lässt diese Gefäßobjekte erstaunlich leicht, strahlen und eben ganz anders erscheinen. Zu einer solchen Jubiläumsausstellung stellt sich natürlich die Frage, wie alles begonnen hat, wie der Künstler überhaupt zur Keramik kam. Es hat begonnen mit einem Lehrer in der Schule, der Martin McWilliam seit seinem 14. Lebensjahr in Kunst unterrichtete. Es muss wohl ein ausgesprochen begeisterungsfähiger Lehrer gewesen sein und einer mit einem ungewöhnlich stark ausgeprägten Interesse an ostasiatischer Kunst und Kultur. Er war Hobbytöpfer und bot in der Schule für Interessierte Yoga und Meditation an. Zu den Neugierigen zählte Martin McWilliam und irgendwie färbten die Interessen des Lehrers auf ihn ab oder besser, sie fiel auf besonders fruchtbarem Boden. Die englischen Töpfer waren damals noch im Japan-Fieber, das Bernard Leach mit seinen Arbeiten, besonders aber mit seiner Publikation The Porters Book ausgelöst hatte. Leach war 1887 in Hongkong geboren worden, hatte lange Jahre in Japan gelebt und durch das Töpferhandwerk erlernt und sich schließlich gemeinsam mit einem befreundeten japanischen Töpfer, Shoei Hamada, 1920 in England niedergelassen. Sein 1940 erschienenes, sehr anschaulich geschriebenes Buch wurde zur Bibel der englischen Töpfer, da es neben den Rezepturen auch vielfältige Gedanken zum künstlerischen Arbeiten an sich enthielt. Die Ästhetik der Gefäße der Leach-Porturin nach japanischer Tradition brachten in England unzähligen nacheifacher hervor, die mal mehr, mal weniger von der japanischen Geisteshaltung beseelt waren. Doch wie bei jeder Sache kam der Moment, an dem die allgemeine Begeisterung abebte. Das war in den 1970er Jahren der Fall und Martin McWilliam kommentiert diese Entwicklung gewöhnlich mit den Worten Niemand konnte mehr die LBP, die Little Brown Pots, sehen. Mit den LBP waren die in erdigen Farben gehaltenen Teeschalen gemeint, die einem neu erwachten Bedürfnis nach Farbigkeit nicht genügten. Als sich Martin McWilliam Mitte der 70er Jahre nach einem Besuch der Kunstschule Bornwurst weiter ausbilden wollte und sie unbeirrt weiter an den japanischen Vorbildern orientierte, stieß er auf wenig Verständnis. In Datum fand er jedoch eine relativ junge Ausbildungsstätte, an der er nach seinen Intentionen arbeiten konnte. Danach folgten von 1978 bis 1983 Jahre der Wanderschaft. Er arbeitete in verschiedenen Werkstätten in Europa und schließlich auch in Japan. Man könnte meinen, dass Martin McWilliam seit frühester Jugend, seit seiner Begegnung mit besagten Kunstlehre, geradezu danach fieberte, nach Japan fliegen zu können. Jedoch war die ihm nicht so. Die Neugier wurde viele Jahre von der Angst überschattet, sein Traum vom besonderen Land mit seiner besonderen Töpfer-Tradition könnte durch andere Realitäten zerstört werden. Diese Angst hielt ihm vom Reisen ab. Erst 1981 flog er dorthin und obwohl er erleichtert feststellen konnte, dass das, wonach er suchte, tatsächlich im Land zu finden war, vergingen 16 weitere Jahre, bis er sich erneut Gen-Osten aufmachte. Bis heute hat er jedoch achtmal das Land bereist, an vielen Messen und 2011 auch an einem Symposium teilgenommen. Martin McWilliam schätzt Japan, da es kein Land der Revolution ist, sondern dort ist man stolz auf die eigene Identität. Die Japaner machen Neues, ohne Altes wegzuschmeißen, sagt er. Und das zu sehen war für ihn bedeutsam. Denn genau dies entspricht auch seiner Arbeitsweise. Die Japaner schätzen seine Arbeiten sehr, weil sie in ihnen genau diese Verwandtschaft mit der eigenen Tradition sehen. Martin McWilliams größter Erfolg in Japan war es bislang, dass auf einer Sonderschau ein Geschäftsmann seine gesamte Präsentation aufkaufte. Aber auch in Europa findet Martin McWilliam inzwischen mit seinen Arbeiten positive Resonanz. Jedoch hat er darauf warten müssen. Die Ausstellungsbeteiligungen beschränkten sich zunächst auf die Wettbewerbe für Salzbrand in Hörgritzhausen und solche in einem überschaubaren Umfeld um das Oldenburger Land, wo er seit 1983 der Landschaft und der Liebe wegen ansässig ist. 1992 begann McWilliams sich intensiv mit seinem Thema, das Gefäß und sein Bild, auseinanderzusetzen und mit der Aufbautechnik zu arbeiten, anstatt die Gefäße an der Töpferscheibe zu drehen. Der Durchbruch kommt 1997, er erhält in diesem Jahr den Krasi-Preis des Museums für angewandte Kunst in Leipzig, das war übrigens der erste, der überhaupt vergeben wurde, sowie den Förderpreis der Erwin-Amsing-Stiftung in Hamburg und ein Jahr später den Auguste-Papentink-Preis in Bremen. In der Folgezeit war Martin McWilliam weit mehr auch auf Ausstellungen im Ausland vertreten, bis hin nach Australien. Auffallend häufig wurde der Künstler, wie unter anderem hier in Oldenburg, anstatt sich der Internationalen Keramiktage mit Publikumspreisen bedacht. Auch wenn in Martin McWilliams Gefäßobjekte keine Blumensträuße passen, finden sie Anklang und Beifall bei einem breiten Publikum auf Märkten und Messen. Ich finde es wert, dies hervorzuheben, denn oft zeigt sich bei Kunstwerken, die in Museen präsentiert werden, im Alltag eher eine Zurückhaltung. Hat dies vielleicht damit zu tun, dass Martin McWilliam im Grunde seines Herzens töpfer geblieben ist, dass er sich nicht völlig vom Gefäß abgewandt hat und zur reinen Plastik überwechselte? Was den Betrachter der Gefäßobjekte von Martin McWilliam ganz sicher auch interessiert, ist die Frage, wo und wie diese entstehen. Im April diesen Jahres steht für ihn der 43. Brand an. Er nutzt einen nach japanischen Vorbildern selbstgebauten Dreikammerofen, der mit seinem braunen, rissigen Lehmantel wie ein großes Ruhrtier im Hof von McWilliams idyllischen Anwesen in St. Hatten liegt. Die drei Kammern sind hintereinander angeordnet, leicht ansteigend, des Feuerzuges wegen und in jede dieser Kammern wird Ware eingestapelt und dicht daneben das Brennholz. Im Brand bei bis zu 1300 Grad Celsius entstehen die lebendigen, in ihrer Erscheinung jedoch kaum vorhersehbaren Verfärbungen der Stallzeugoberfläche. Denn Brenngase, entweichende Stoffe aus dem Ton und der Entgoben sowie die schmelzende Asche führen zu vielfältigen chemischen Reaktionen. Orangspurte und verschiedenste braune Farbtöne sowie schwarze Partien sind Spuren des Feuers. Lila farbende, oft glänzende Stellen bilden sich durch eine sogenannte Asche-Anflugglasur, bei der geschmolzene Asche des Brennmaterials zu einem glasigen Überzug führen. Für zusätzliche Farbakzente trägt McWilliam an groben auf die Gefäße auf, walzt pulvrige Oxide ein oder gibt diese bereits der Masse hinzu. Durch Karolin erzielt er strahlendes Weiß, durch Kobalt-Oxid hell- bis dunkelblaue Töne. Die Gefäße sind jedoch nicht nur durch diese Spuren aus dem Feuer und die färbenden Angogen und Oxide so lebendig, denn ihre Oberfläche ist schrundig, schraffiert, gekämmt oder mit ornamental wirkenden Erdkärbungen bzw. Kratzspuren versehen, um sie körniger und haptischer zu machen. Eine Ähnlichkeit mit Steinmetzarbeiten scheint mir unübersehbar. Mit einfachsten Werkzeugen wie gebogenen und gezählten Eisen, eigentlich sind es Butterhubel, kratzt McWilliam halb intuitiv, halb geplant in den Ton. Bis 2005 geschieht dies wohlgemerkt vor der Gestaltung der Gefäße auf ausgewalzten Tonplatten. Bei den heutigen komplexeren Formen formt er zunächst das Gefäß und bearbeitet dann die Oberfläche. Bezüglich davor macht sich Martin McWilliam im Vorfeld durchaus Gedanken und fertigt auch Skizzen. Manchmal entstehen Dinge auch, wenn er einfach mit dem Wasser und Pinsel auf seiner großen Arbeitstischplatte zeichnet und den Gedanken bis zur Trocknung der Pinselspur konkretisiert. Doch diese erste Idee wandelt sich meist im Verlauf der Arbeit. Auch im halbtrocknen Zustand kann es der Künstler noch Änderungen vornehmen. Die entstehenden Gefäßplastiken haben mindestens zwei Ansichten. Im Idealfall sind sie allansichtig. Im Katalog finden sie daher häufig nicht nur eine Schauseite abgebildet, sondern auch die Rückseiten und die schmalen Seitenparte. Inspiriert sind die Formen von chinesischen Weinschalen und sogenannten David Jaws, schlichten konischen Vasenformen, dicken Wulstrand, auch japanischen oder koreanischen Gefäßtypen. In der Verwandlung dieser Grundtypen steckt keineswegs der Gedanke der Karikatur. Martin McWilliam fertigt viel mehr Gefäßstudien, die es ermöglichen, aus verschiedener Perspektive auf das Gefäß und auch in sein Inneres zu schauen. Schon in der Schule hat McWilliam viel perspektivisch bezeichnet und Collagen gefertigt. Es scheint, als nahm sein spezieller Blick auf das Gefäß hier seinen Anfang. Und in welche Richtung wird Martin McWilliam seinen Weg in Zukunft gehen? Mir scheint eine Tendenz zu raumgreifender, stärker architektonischer Form unübersehbar. Die neuesten Arbeiten wirken so, als wäre man in den Innenraum des Gefäßes getaucht. Sie haben Durchbrüche und doppelte Wandlungen. Mich erinnern sie manchmal an mittelalterliche Kirchenräume mit ihren Umgängen, ihre Zweischaligkeit der Mauern. Außen und innen fließen ineinander über und beim Umwandern der Gefäßplastik entdeckt man immer neue Facetten der Form. Lichtschein durch die Aushöhlungen und Invertiefungen ist es schattig. Die Plastizität hat zugenommen. Dazu passt die Absicht des Künstlers, in nächster Zeit stärker schamotierten Ton zu verwenden, der üblicherweise vor allem für die Anfertigung größerer Plastiken dient. Aber sicher wird es wieder den Zeitpunkt im Leben von Martin McWilliam geben, an dem er zurückschaut. Vielleicht auch etwas zurückgeht zu früheren Formgedanken, die er verfolgte. Zurück zu schlichten Urformen. Zurück auf Los, um in eine neue Richtung aufzubrechen. Welche das sein wird, weiß er zu dem heutigen Zeitpunkt nicht einmal selbst. Denn die neuen Ideen entstehen im Prozess der Arbeit, im Hantieren mit dem Material Ton am großen Tisch in Sandhacken. Wir dürfen gespannt sein auf die Dinge, die da noch kommen werden. Denn durchdekliniert ist das Thema, das Gefäß und sein Bild noch längst nicht. Ich möchte nicht schließen, ohne an die ersten künstlerischen Inspirationsquellen von Martin McWilliam zu erinnern und einen späten Dank an seinen Kunstlehrer zu richten, obwohl er ihn ganz sicherlich nicht empfangen kann. Offensichtlich hat er bei seinem Schüler die richtigen weichen Stellen und dieser aus diesen Anregungen viel entwickeln können. Mögen die musische Ausbildung und die entsprechenden Betätigungsfelder daher immer die nötige Wertschätzung in Politik und Gesellschaft finden, damit möglichst viele Menschen mit verschiedensten künstlerischen Ideen frühzeitig in Berührung kommen und ihren eigenen Weg gehen können. Die Werkschule Oldenburg, als dessen Vorsitzender Martin McWilliam wirkt, leistet in dieser Hinsicht Vorbildliches und auf hohem Niveau. Mit den Workshops für Keramik und auch von den von ihr veranstalteten internationalen Keramiktagen die Tonwaren und Porzellane von überdurchschnittlicher Qualität präsentieren, zeigt sich, dass in Oldenburg die Keramik gefördert und wertgeschätzt wird. Dem steht das Landesmuseum nicht nach, in dessen Räumen immer wieder Keramikausstellungen stattfinden. Es ist zu hoffen, dass es diese Aktivitäten auch in Zukunft geben kann und genügend Förderung von Seiten der Stadt und des Landes gewährt wird. Martin McWilliam wünsche ich persönlich alles Gute und noch viele inspirierende Gedanken und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihr geduldiges Zuhören. Dankeschön. Applaus 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 Applaus